Du willst als Immobilienmakler starten? Dann solltest du dieses Video auf jeden Fall bis zu Ende anschauen, denn in diesem Video werde ich dir hilfreiche Tipps geben, wie du als Immobilienmakler einen richtig guten Start hinlegst. Und zuallererst werde ich dir mal sagen, was du auf gar keinen Fall tun solltest. Denn es gibt auch ein paar echte Don'ts, also wirklich gravierende Fehler und wenn du die machst, dann wird es dich wirklich richtig schön zerlegen. Das allererste ist, dass du glaubst oder denkst, wenn du zum Beispiel bei der IHK einfach schlicht und ergreifend eine Ausbildung, Fortbildung zum geprüften Immobilienmakler machst, dass du dann automatisch das Rüstzeug hast, um als Immobilienmakler zu starten bzw. geschweige denn erfolgreich zu sein. Den Zahn muss ich dir leider direkt am Anfang ziehen. Diese Ausbildung ist eine Grundlagenausbildung und es wird sehr viel darüber gesprochen, was rechtliche Grundlagen, vertragliche Grundlagen und Maklerrecht angeht. Dafür ist sie auf jeden Fall geeignet. Aber jede Ausbildung, die man macht, hat immer ein Ziel und einen Zweck. Und der Zweck dieser Ausbildung ist nicht, dich zum erfolgreichen Immobilienmakler zu machen. Denn dazu musst du eine Sache verstehen und nachvollziehen können. Nämlich diese Art von Ausbildungen haben in der Regel die Aufgabe, dir Wissen zu vermitteln, die du dann zum späteren Zeitpunkt bei einer Prüfung abrufen kannst. Also im Endeffekt geht es, wie bei vielen Prüfungen auch in der Schule, um einfaches Auswendiglernen und in den Kopf reinhämmern. Und jetzt darfst du dreimal überlegen, ob das wirklich schlau ist, ob das wirklich das ist, was du brauchst. Was man wirklich braucht, ist eine Ausbildung, die dahin führt, dass du das, was du dort lernst, in der Praxis tatsächlich anwenden kannst. Und jetzt kann ich dir eine Sache sagen, du wirst sehr lange suchen müssen, und zwar in unserer westlichen Hemisphäre, Ausbildungen zu finden, wo das wirklich der Zweck ist. Weil das wird weder in der Schule gemacht, noch in irgendwelchen Qualifikationen, noch in irgendwelchen Fortbildungen ist das wirklich der Zweck, also das Ziel und der Zweck solcher Ausbildungen. Denn es geht in den meisten Fällen um Theorie. Im Übrigen auch bei den Leuten, Dozenten, Vortragsrednern, die dort arbeiten und dir das Wissen vermitteln. Auch das sind sehr häufig Menschen, die in der Theorie sind. Ob das ein Professor ist oder was auch immer, spielt dabei gar keine Rolle. Was du brauchst, um als Immobilienmakler erfolgreich zu werden, ist zuallererst einmal eine klare Orientierung, was es in der Praxis benötigt, um erfolgreich zu sein. Dazu ist im allerersten Schritt mal einfach ein Laptop, ein Telefon. Das sind die zwei wichtigsten Dinge, die du überhaupt brauchst. Ein Laptop, ein Arbeitsplatz und ein Telefon. Das ist mal ganz simpel gesagt. Später Ladenlokal oder Büro und so weiter, das kommt alles im nächsten Schritt. Also erstmal musst du wissen, was sind die grundlegenden Dinge, die ich benötige, um überhaupt erfolgreich als Makler zu sein. Dazu brauchst du auch keine teure CRM-Software, um die ersten zwei, drei, vier Immobilien zu verkaufen. Brauchst du nicht. Kannst du dir später leisten, wenn du das erste Geld verdient hast. Also erstmal so ganz grundlegende Dinge. Was brauche ich überhaupt, um das Geschäft auszuüben? Dann ist natürlich im nächsten Schritt eine Gewerbeanmeldung auch notwendig. Den sogenannten Paragrafen 34c. Den brauchst du auch, wenn du den nicht hast. Darfst du rein grundsätzlich nicht als Immobilienmaklerin oder Makler aktiv sein. Es gibt noch den sogenannten Gelegenheitsvermittler. Darfst du bis zu drei Objekte im Jahr verkaufen. Das ist aber nur sozusagen eine Übergangsfrist. Da wirst du in die Falle reinlaufen, wenn du die ersten Objekte auch vermarktest. Dann musst du ja online auch Werbung machen, also zum Beispiel auf Immobilienportalen. Und da sind natürlich die Angaben zum Beispiel des 34c Pflichtangaben. Wenn du die nicht machen kannst, dann wäre das rein grundsätzlich abmahnungsfähig. Also insofern macht das schon schlau. Die Preise sind ganz unterschiedlich, kommt auf die Region bzw. die Stadt an, wo du das machst, liegt irgendwo so roundabout nach der Größenordnung 500, 600 Euro bis 1500 Euro. Vielleicht 2000 Euro. Ich kenne jetzt nicht alle Städte in Deutschland und die unterschiedlichen Preise. Was du aber brauchst, ist lediglich die Vermittlung von Grundstücken und Wohngebäuden. Das ist eigentlich das, was du brauchst. Du brauchst nicht Finanzierung und sonst irgendwas, weil das ist eigentlich der günstige Einstieg in den 34c. Mehr brauchst du da schon gar nicht. Dafür musst du aber wieder ein paar Voraussetzungen erfüllen, die du im Internet ganz easy recherchieren kannst. Also Voraussetzungen für den Paragrafen 34c einzureichende Unterlagen. Bei mir im Coaching lernst du das natürlich alles und da geben wir dir auch die Daten. Kannst du aber auch recherchieren. Das ist nicht so schwer. Das nur so mal by the way. Das sind erstmal so ganz grundlegende Dinge. Jetzt kommen wir zum wirklich wichtigen Teil der ganzen Übung. Also was ist das, was Immobilienmakler erfolgreich macht? Und dazu gibt es einfach eine Pipeline. Ich nenne die mal eine Deal Pipeline. Und diese Deal Pipeline besteht aus der Akquisition, also dem Herstellen von Kontakten zu Menschen, die ihre Immobilie verkaufen wollen. Dazu gibt es ganz verschiedene Mechanismen. Was ich dir aber sagen möchte ist, wenn du keine Ahnung hast, wenn du nicht genau weißt, wie das funktioniert, wirst du den Zugang zu Menschen, die ihre Immobilie verkaufen wollen, nicht bekommen. Und da draußen erzählt dir auch jeder was anderes. Der eine sagt, Online-Marketing ist der Schlüssel. Der nächste sagt dir, Kalterquise ist der Schlüssel und so weiter. Also das heißt, du musst dich informieren. Ein einfacher Weg ist natürlich, dass du zu jemandem gehst, wie zum Beispiel mir, der dir diesen Weg direkt zeigen kann, der viel Erfahrung hat und der alles selbst ausprobiert hat und der weiß genau, was du tun musst, weil du sparst dir dadurch extrem viel Zeit. Du kannst auch alternativ natürlich in einer Firma anfangen und dort erstmal die ersten Gehversuche machen und dort auch zuerst als Makler starten, dich ausbilden lassen, die ersten Immobilien verkaufen, dass du überhaupt mal weißt, wie das Ganze funktioniert. Zweiter wichtiger Punkt ist, du musst bei einem Verkäufer bestehen können, also ein System haben, einen Leitfaden haben, wie du einen Verkäufer von dir überzeugen kannst. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Denn jetzt kommt der wichtigste Teil, nämlich du musst bei einem solchen Gespräch natürlich Daten aufnehmen. Also brauchst du Vorlagen, du brauchst Checklisten, damit du genau weißt, was du benötigst. Und dann musst du in der Lage sein, zu einem Experten zu werden, eine Immobilie zu bewerten. Weil wenn du eine Immobilie nicht professionell bewerten kannst, wird dir Folgendes widerfahren. Du holst Objekte rein, dann wirst du ein sogenannter Auftragssammler, gehst auf die Wünsche der Verkäufer ein, die meist nicht der Realität nahe sind, sondern fernab der Realität sind und du machst das, um einen Auftrag zu bekommen. Dann versuchst du, die Immobilie zu verkaufen und du wirst feststellen, Oh, das funktioniert ja gar nicht, die kann ich ja gar nicht verkaufen, die Immobilie, weil die viel zu teuer ist. Du hast keine Nachfrage und dann läufst du in ein Problem oder in jedes, also ein Problem nach dem nächsten, wird auf dich zukommen. Weil du grundlegende Fehler machst und das bedeutet, dass du das Handwerkszeug, dass du einfach kein Profi bist. Und ein Experte kann man sehr schnell werden, wenn man diese drei Dinge, Akquise, Einkauf und Verkauf, beherrscht. Also, wir bleiben beim Einkauf, Bewertung. Die musst du können, da musst du wissen, wie geht sowas. Jetzt kannst du natürlich verschiedene wieder in die Falle reinlaufen. Ach, ich mache eine Ausbildung zum Bewerter, lerne wieder alles schön auswendig, aber du musst es in der Praxis können. Deshalb ist es viel besser, wenn du wieder zu jemandem gehst, wie zum Beispiel mir, der dir das beibringen kann und du das in der Praxis dadurch auch beherrschen lernst und in der Praxis anwenden kannst. Das ist die große Kunst, es in der Praxis anwenden zu können, immer wiederholen zu können und damit das Ganze beherrschen lernst. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Du musst dann wiederum in der Lage sein, in wenigen Schritten, mit wenigen Worten, meist eine Seite, vielleicht auch mehrere Seiten, aber du musst das cool auf den Punkt bringen können, dass der Verkäufer versteht, warum seine Immobilie das wert ist, was du ermittelt hast. Und das musst du ja einfach und simpel verstehen, weil ein Verkäufer hat nicht die Zeit, sich so intensiv damit zu beschäftigen wie du und du musst die Fähigkeit erlernen, ihm das mit einfachen Worten so zu erklären, dass er es versteht und dir es auch abkauft. Dann, wenn du das geschafft hast und dann wirklich einen Auftrag hast und hier wären Vorlagen schlau, wie macht man einen Alleinauftrag, worauf ist zu achten, welche Fehler solltest du nicht machen, das auch wiederum in fix und fertigen Vorlagen, dass du dann auch den Alleinauftrag machen kannst. Im nächsten Schritt geht es dann um den Verkauf von einer Immobilie und diesen Verkauf, den musst du auch beherrschen, dass das keine Einheitsbreisauce ist, dass du nicht der Hoffnung aufliegst oder sozusagen einfach den Fehler machst, dass du glaubst, es reicht in der heutigen Zeit aus, einfach nur eine Immobilie online zu stellen. Ist ja alles kein Hexenwerk und vielleicht auch noch am Ende des Tages glaubst, ist ja alles ganz easy und einfach, brauche nur die Tür aufschließen und dann kann ich schon die Provisionsrechnung stellen. Das wird so nicht funktionieren und du wirst sehr schnell eines Besseren belehrt. Macht also überhaupt keinen Sinn, also mach es direkt von vornherein richtig. So, das sind erstmal so die Kerndinge, die musst du als erstes lernen, damit du das erste Ziel als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler erreichen kannst, nämlich Geld zu verdienen, Umsätze zu generieren, um dann dein Business aufs nächste Level zu bringen. Und dann erst, dann erst kommen die anderen Dinge wie Buchhaltung oder eine CRM Software oder eine tolle Kamera und so weiter und so fort. Aber diese drei Dinge, die musst du einfach verstehen und dazu brauchst du richtig coole Typen, die um dich herum sind, die dir dabei helfen, das zu erlernen, weil das Allerwichtigste, das Allerallerwichtigste, was du lernen musst ist, Du brauchst die Fähigkeit, die Fähigkeit zu kommunizieren in einfachen, klaren, deutlichen Worten, Menschen das rüberzubringen, damit sie dich am Ende kaufen. Also das heißt, du bist sehr entscheidend mit deinen Fähigkeiten und deiner Kompetenz und die muss da sein, sonst wirst du scheitern. Zweitens brauchst du eine coole und stabile Arbeitsweise, die dazu führt, dass Verkäufer, aber auch Käufer direkt erkennen, dass du dein Handwerk verstehst. Also diese zwei Dinge, deine Person, deine Fähigkeiten und die Arbeitsweise sind entscheidend dafür und entscheidend über den Erfolg oder Misserfolg von dir als Immobilienmakler. Dann, wenn du das alles mal wirklich geknackt hast, dann wirst du auch relativ schnell, wenn du dich darauf fokussierst, dabei bleibst, keine 1530 neue Ideen jeden Tag einführen willst, sondern erst mal diese Dinge beherrscht, diese Dinge umsetzt, dann wirst du merken, dass du sehr, sehr schnell, sehr, sehr erfolgreich werden kannst und wirklich sehr, sehr viel Geld verdienst, um damit dann nicht anzugeben und tolle Autos und Uhren und was weiß der Tolle, was alles dir leisten zu können, sondern um in dein Geschäft zu investieren, damit du besser wirst, damit du sozusagen wachsen kannst und expandieren kannst. Das ist besonders wichtig. Das waren mal so ein paar wirklich essentielle, grundlegende Dinge. Und ich kann dir nur sagen, hör auf, auf Menschen zu hören, die dir erzählen, schnell, easy, einfach, nee, das ist es nicht. Du brauchst natürlich auch ein Stück weit ein Talent, aber Talent bringt dir alles gar nichts, wenn du die Fähigkeiten nicht hast und am Ende als Dilettant da draußen rumläufst und wie so ein Nixkönner einfach nur einen Misthaufen hinterm nächsten hinterlässt. Das bringt dich nicht weiter. Also ist Kompetenz das oberste Gebot. Das kann man erlernen, aber nur durch Übung und nicht durch eine Prüfung, weil man ein bisschen was auswendig gelernt hat. Das wird auf gar keinen Fall funktionieren und diese Illusion, die kannst du dir definitiv abschminken. Und wenn du wirklich lernen willst, wie das richtig geht, dann geh einfach in die Infobox. Wir helfen dir weiter. Wir sind nicht die Billigsten, aber wir haben die besten Tipps und die, die richtig Geld bringen und die dich auf die Erfolgsspur bringen. Ich würde dich gerne kennenlernen, wenn du Bock hast, mich kennenzulernen. Hey, dann mach einfach einen Termin aus. Ganz easy, einfach. Schreib gerne einen Kommentar, wo du gerade aktuell stehst, in deinem Startsegment. Lass ein Abo da, like das Video und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020